Slimehook. Bin ein Stück Schleim. Und ich bin lila. Deswegen bin ich ein Gift-Pokémon. Weil ich lila bin. Skorgler. Gib mir so Gift-Vibes, ist aber einfach nur lila. Finde ich kackendreist. Das kann man doch nicht machen. Das ist genau wie, dass man sagt, im Deutschunterricht ist der Hefter rot und im Matheunterricht ist der Hefter blau. Du kannst nicht einfach sagen, du nimmst jetzt einen blauen Hefter für irgendwas anderes. Was dann vermittelt wird. Das gehört nicht auf die Reihe. Du kannst kein Pokémon-Spurt lila machen und dann sagen, es ist kein Gift-Pokémon. Es ist ganz klar geregelt. Rot-Feuer-Pokémon, Grün-Pflanzen-Pokémon, Blau-Wasser-Pokémon, Lila-Gift-Pokémon, Braun mit Flügeln, Flug-Pokémon, Braun ohne Flügel, Gesteins-Pokémon, Grau, Stahl. Es ist doch alles klar geregelt. Schwarz, Geist.